In diesem Video stelle ich euch 10 spannende Upgrades für den Prusa MK4 vor, die die Funktion des Druckers verbessern und ihn optisch aufwerten. Die meisten der hier gezeigten Upgrades können kostenlos heruntergeladen und somit schnell und einfach selbst ausgedruckt werden. Nun aber gleich zum ersten Upgrade und zwar dieser druckbaren Kabelabdeckung. Standardmäßig sind die Kabel für Display und Erdung hier seitlich am linken Profil des Rahmens verlegt, was nicht besonders schön aussieht. Durch diese Abdeckung wirkt das Ganze wesentlich aufgeräumter und die Kabel werden geschützt. Das Teil wird in einem Stück gedruckt und dann einfach auf das Profil gesteckt. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt. Meine Empfehlung ist, die Abdeckung in ProSament Galaxy Black zu drucken, da sie so im Grunde genau zu den restlichen Rahmenteilen passt und nicht sonderlich heraussticht. Den Link zum Modell findet ihr, wie zu allen hier gezeigten Upgrades, in der Videobeschreibung. Wir bleiben bei Abdeckungen und kommen zu diesen Deckeln für die Z-Achsen. Sie schützen die Motoren vor Staub und sonstigem Schmutz. Gerade kleine Filamentreste fallen schnell in die Halterungen der Z-Motoren und sind dann schwer wieder herauszubekommen. Diese Abdeckungen sind schnell gedruckt und werden einfach auf die bereits vorhandenen Löcher gesteckt, halten gut und schauen meiner Meinung nach sehr schick aus. Auch hier habe ich Galaxy Black PETG verwendet. Gerade wenn der Druck an einer Tischkante steht und das Display ins Freie ragt, geht leider häufig die Funktion der LED-Statusbar ein wenig verloren, da die unter dem Display angebrachten LEDs quasi ins Nichts strahlen. Mit dieser sehr einfachen und dennoch in unter 10 Minuten gedruckten Erweiterung wird das Problem gelöst. Die Extension wird einfach an die Displayhalterung geklippt und streut so das Licht, dass man einen schönen Balken direkt vor dem Display sieht. Ich habe für den Druck transparentes PLA verwendet. Wenn es noch klarer sein soll, empfiehlt sich jedoch PETG. Dieser Behälter wird am rechten Profil des Druckers angebracht und wurde dafür designt, die Filamentreste, welche häufig beim Aufheizen aus der Düse tropfen, aufzufangen. Das funktioniert auch ziemlich gut. Außerdem können Werkzeuge, die man gerne immer direkt am Drucker haben möchte, hier aufbewahrt werden. Der BIN wird einfach über einen Haken in das Profil gehängt und hält zu seiner Position, ohne zu verrutschen. Gerade wenn man mit Materialien wie ABS oder PA arbeiten möchte, kann ein Enclosure sehr hilfreich sein. Das hält die Wärme vom Druckbett beim Drucker und verringert so den Verzug durch Borping. Konkret für den Prosa MK4 kann ich euch zwei verschiedene Enclosures empfehlen. Relativ günstig ist das Tukari TF Enclosure, welches schick aussieht und seinen Zweck völlig erfüllt. Ein ausführliches Review könnt ihr euch auf meinem Kanal anschauen. Wer sich noch ein stabileres Enclosure mit weiteren Features wünscht, sollte sich das Originale von Prosa anschauen, da es mit vielen Upgrades wie einem Feuerless System ausgestattet werden kann und genau für diesen Drucker optimiert wurde. Dazu empfehle ich euch außerdem meinen Gridfinity Upgrade, mit dem ihr eine riesige Auswahl an Halterungen und weiteren Upgrades flexibel am Gehäuse befestigen könnt. Auch zum Original Prosa Enclosure findet ihr einen ausführlichen Test hier auf meinem Kanal. Wer von euch schon mal mit Pappspulen gearbeitet hat, hat eventuell bemerkt, dass sich diese relativ schwer vom standardmäßig installierten Spulenhalter abrollen lassen. Bei spröhen Filamenten kann das dazu führen, dass das Filament auf seinem Weg in den Extruder bricht. Außerdem hatte ich häufig sehr unangenehme, kratzende Geräusche, wenn ich mit diesen Reflow Pappspulen gedruckt hatte. Die Lösung ist dieser kleine Aufsatz, welcher schnell gedruckt ist und einfach über den vorhandenen Spulenhalter geschoben wird. Auf der Oberseite werden zwei standard 4mm PTFE Schläuche eingeschoben und an den Rändern gekürzt. Dabei werden sich die hervorragenden Bleiteigenschaften von PTFE zur Nutze gemacht, denn genau das ist ja auch der Grund, warum in quasi allen Druckern das Filament durch solche Schläuche geführt wird. Nun rollen selbst die Pappspulen sehr gut und quasi ohne Widerstand. Da sowohl der Prosa XL als auch der Mark IV mit dem neuen Extruder kommen, bei dem die Düse und Heatbreak miteinander verbunden sind, lassen sich standardmäßig nur die originalen Prosa Nuzzles verwenden. Gerade wenn man jedoch speziell gehärtete Düsen, besondere Durchmesser oder Highflow-Düsen verwenden möchte, kann dieser Nextruder zu V6-Adapter sehr interessant sein. Damit lässt sich jede V6-Düse, wie sie auch im MK3 und Mini vorkommen, mit dem Nextruder verwenden. Ich habe solch einen Adapter genutzt, um eine gehärtete E3D-Opxidian-Düse zu installieren. Das ermöglicht es mir, abrasive Filamente wie PA11CF mit meinem MK4 zu drucken. Der Vollständigkeit halber hier aber auch noch der Hinweis, dass es inzwischen auch fertige Opsidian-Nextruder-Düsen bei Prosa zu kaufen gibt. Passend zum eben gezeigten Adapter bietet sich auch dieser Nextruder-Heizblockhalter an. Dabei handelt es sich um ein sehr nützliches Tool, das schnell gedruckt ist und dabei hilft, den Heizblock beim Wechsel in der Düse festzuhalten. Hier seht ihr die Halterung im Einsatz. Ein weiteres sehr praktisches Upgrade ist solch eine Silikonsocke für den Nextruder-Heater-Block. Vor allem, falls es doch mal zu einem Fail kommen sollte, weil zum Beispiel das Bauteil nicht am Druckbett haftet und zu einem großen Block um die Düse herum führt, kann eine Silikonsocke den Heater-Block und die Kabel retten. Wer bereits passendes Equipment da hat, kann sich etwas Geld sparen, indem er sich die Socke selbst herstellt. Dafür gibt es bereits diverse Formen zum Download auf Seiten wie Printables und entsprechende Anleitungen zur richtigen Verwendung des Silikons. Da der Mark IV die First Layer Calibration von alleine durchführt, tausche ich die Druckplatten wesentlich häufiger. Außerdem gibt es mittlerweile viele verschiedene Sheets mit verschiedenen Oberflächen und für verschiedene Materialien wie PA, Iglidur oder Polypropylen. Für die Sortierung dieser vielen Sheets bietet sich solch ein Sheetholder sehr gut an. Auf Printables gibt es eine ganze Reihe an Variationen mit Halterungen, die zum Beispiel neben dem Drucker aufgestellt oder unter dem Drucker an einer Tischplatte befestigt werden können. Das waren meine Top 10 Upgrades für den Proser MK4. Ich hoffe, ihr habt einige interessante Ideen und Inspirationen für euren eigenen Drucker gefunden. Wenn ihr weitere Fragen zu diesen Upgrades oder Vorschläge für zukünftige Videos habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und zu abonnieren, um keine meiner neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf Yantek.